Jetzt eskaliert die Lage in Thüringen komplett und die Bürger gehen massenhaft auf die Straße, allen voran in Gera, weil sie endlich genug haben. Der Veranstalter oder der Hauptausrichter sind die Freien Sachsen. Und diese Bewegung tut sich nun aus Sachsen auch auf Thüringen übertragen und die Bürger haben endgültig genug von diesen ganzen Altparteien, denen es nicht um die Sachthemen, wirklich um die Bürger geht, denen es nur darum geht, die AfD in egal welcher Position zu verhindern. Und davon haben die Bürger endlich genug. Die Bürger wollen eine Regierung, die sich nicht nur um die Interessen der Bürger, sondern auch um die Interessen des Landes, von Deutschland, von Thüringen kümmert. Und das machen diese ganzen Politiker nicht. Und deswegen gehen sie massenhaft auf die Straße, allen voran gegen ein Mario Vogt, der auch wirklich auf jedem zweiten Plakat hängt, dass der als erstes eigentlich gehen muss und für seine Plagiate und so weiter zur Verantwortung gezogen werden muss.